Die Wenn-Funktion erlaubt es uns in Excel eine logische Fallunterscheidung vorzunehmen. Während man mit normalen Formeln lediglich ein Ergebnis nach einem festen Schema errechnen kann, kann man jetzt mit der Wenn-Funktion unterscheiden. Das Prinzip der Wenn-Funktion sieht man hier, das heißt, wenn etwas zutrifft, dann soll etwas geschehen, ansonsten soll etwas anderes geschehen. Ganz einfach, wie im richtigen Leben. Wenn die Ampel rot ist, bleibe ich stehen, ansonsten darf ich gehen. Also der Aufbau der Wenn-Funktion, der Name Wenn, damit weiß Excel, wie die Funktion heißt und was Excel machen muss, dann eine Klammer auf. Übrigens, immer wo eine Klammer aufgeht, muss auch irgendwo am Ende eine Klammer zugehen. Und dann gebe ich hier drei Argumente an. Das erste Argument ist, was muss zutreffen? Strichpunkt. Was passiert, wenn es zutrifft? Strichpunkt. Und was passiert ansonsten? Also, wenn etwas zutrifft, dann soll dieses und jenes geschehen, ansonsten etwas anderes. Sehen wir uns das Ganze mal ein paar Beispielen an. Ich habe hier eine kleine Tabelle mit Namen und jede dieser Personen hat ein gewisses Alter. Und jetzt möchte ich im ersten Schritt ermitteln, ist diese Person volljährig, dann soll hier ein Ja stehen, ansonsten ein Nein. Und dazu kann ich die Wenn-Funktion verwenden. Wenn das Alter größer gleich 18 ist, dann soll hier ein Ja stehen, ansonsten ein Nein. Ich gehe hier in diese Zelle und beginne mit der Wenn-Funktion. Also, was soll geprüft werden, wenn der Wert von B4 größer oder gleich 18 ist, erstes Argument, dann soll hier Ja stehen. Ja ist in Anführungszeichen, weil es eine Zeichenkette, sprich ein Text ist. Ansonsten soll hier Nein stehen. Klammer zu. Return. Ja. 32 ist definitiv größer als 18. Und hier steht Ja. Ich kopiere jetzt die Formeln durch Anfassen an dem kleinen Quadrat rechts unten runter. Und jetzt wird entsprechend Zeile für Zeile überprüft, ob das Alter größer gleich 18 ist. Ja und da sieht man hier, Paula ist 16, also volljährig Nein. Denn wir haben ja gesagt, wenn der Wert dieser Zelle hier größer gleich 18 ist, dann Ja, ansonsten Nein. Auch hier Elias 17, Nein. Özlem 19, Ja. Martin 44, Ja. Und Julia mit 15, wieder Nein. Hat also funktioniert. Man kann Zeichenketten nicht nur zur Ausgabe verwenden, sondern auch nach Zeichenketten prüfen. Das heißt hier in der nächsten Spalte möchte ich jetzt einmal prüfen, wenn bei volljährig Ja steht, dann ist der Beitrag, beispielsweise für einen Verein, bei 18 Euro, ansonsten bei 12 Euro. Also, ich prüfe wieder, wenn der Inhalt dieses Feldes gleich Ja ist, dann ist der Beitrag 18 Euro, ansonsten 12 Euro. 18 Euro. Ich kopiere das Ganze wieder nach unten. Beim Kopieren werden ja die Zellbezüge, also hier C4, entsprechend angepasst, je nachdem in welche Richtung ich kopiere. C5, C6, etc. Dann wollen wir mal sehen. Volljährig Ja, 18, Nein, 12, Nein, 12, Ja, 18, Ja, 18, Nein, 12. Wunderbar. Dann noch kurz als Zahl formatiert, dann sieht das auch ordentlich aus. Und fertig. Hier noch ein zweites Beispiel. Ich habe hier eine Umsatzliste von Personen, die in meiner Firma arbeiten und Umsatz gemacht haben und die erhalten Provision. Ich habe jetzt hier eine Vorgabe. Unter 120.000 Euro Umsatz gibt es 3% und ab 120.000 gibt es 5%. Das kann ich auch wieder mit einer Wenn-Funktion entsprechend prüfen. Ich lasse mir hier nicht den Betrag der Provision, sondern wirklich nur mal den Provisionssatz 3% oder 5% ausgeben, dass wir das Ganze besser nachvollziehen können. Also auch hier sage ich, wenn dieser Wert hier größer oder gleich 120.000 ist, dann gibt es 5% und ansonsten 3%. So, jetzt steht hier 0,03. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das ist lediglich eine Formatierungssache von Excel, weil Excel möchte das Ganze jetzt noch als Prozent entsprechend formatiert haben. Und jetzt, wenn ich die Formel nach unten kopiere, sehe ich wieder 3% bei 75.000 ist richtig. 120.000, wir haben ja gesagt, größer oder gleich 120.000, also trifft es auch schon zu 5%. 125.000 ist auch größer als 120.000 und 90.000 ist kleiner als 120.000, deshalb nur 3%. Hat dir das Video gefallen? Dann gib ihm doch bitte einen Daumen hoch, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke. Dann erhältst du immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video für dich habe. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.